Musik check, überspringen, bleiben, Schnappschuss, Kamera wechseln, alles, was doppelt, da liegt, so, machen wir zu, nur machen wir Z, Kamera wechseln, C, ja, 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 Jetzt retten wir uns nochmal aus dieser misslichen Lage. Und fahren weiter. Hat davor noch nie ein Racer-Rennen gemacht. Das ist das erste Mal. Boah. Guck mal, wie die mich abhängen, ey. Ein bisschen hier im Gegenverkehr fahren. Wow. Schiet. Konnte einfach so ein Auto geflogen, oder was? Ha. Dafür sind wir vorne. Alter. Ich glaube, ich bin in einen anderen Racer reingecrasht, der davor in ein Auto gecrasht ist. Ja, das war Massenkarambulan. Oh, jetzt kommt der Drift. Warte. Oh, jetzt kommt der Drift raus. 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 Oh, ja, was ist das denn? Haha, ich bin überholt. Oh, das fällt mir gar nicht. So, raus. Ah, man, ich übersehe mal die Abkürtungen. So. Oh, ey, ich verpasse jede einzelne Abkürzung. So, jetzt können wir uns den zweiten Platz schon wieder mal abschminken. Drei Kilometer noch. Aus. Und die drüben. So, komm. Boah, da kann man eben auf die, auf die, in die Abkürtungen rein oder was, ich glaub's nicht. Kommt da irgendetwas raus. So, fach. Haben wir sie noch. Müssen wir nur noch 1,3 Kilometer durchfahren. Durchfahren. Schaffen wir aber. Ja, jetzt nehmen wir sie ab. Wahrscheinlich fällen wir jetzt noch, indem wir einen Unfall bauen. Und Nitro. Ah. Boah, das war jetzt noch mal knapp. Yay. Erster. Und da sind wir noch mal einen reingecrasht. Erster Platz der Speedwall. So. Jo. Fortfahren. Tada. Neuer Wagen. Noch ein neuer Wagen. Gut. Dann machen wir weiter. Mazda. Der X8 Sportserie. Eine rotierende Revolution. Wir machen einen neuen Wagen. Den Dodge Charger oder Carrier SRT 800 Sportserie. Der sieht aber auch nicht schlecht aus. Einsteigen und wie neu geboren fühlen. So. Ähm. Das war's erstmal zu den Erasern. Ähm. Dann machen wir jetzt gleich mal mit den Cops weiter. Ähm. Ich zeige es eben jetzt so beides. Dann mache ich mal. Mal mache ich dann Cops. Mal mache ich Eraser. Dann. Also das wird jetzt sozusagen hier am Anfang. Einführung beide. Ein verwirrter Fahrer an einem demolierten Wagen sollte von einem Neuling oder so leicht gestoppt werden. Du wurdest die Reihen des SCPT aufgenommen. Der schnellsten Geschwindigkeitskontrolleinheit der Welt. Du beginnst deine Karriere als Rang 1 Kadett mit begrenzten Zugriffsmöglichkeiten. An der Spitze der Geschwindigkeitskontrolleinheit stehen die Rang 20 Ultimate Enforcers, die Zugriff auf alle Fahrzeuge und Ressourcen für Verfolgungseinsätze haben. Deine Leistungen im Einsatz werden bewertet und beeinflussen so deine Karriere im SCPT. Alle Aktionen werden überwacht und im System als Kopfgeld aufgezeichnet. Je mehr Kopfgeld du in einer aktiven Mission erhältst, desto schneller wirst du auf den nächsten Rang befördert. Mit jeder Beförderung erhältst du größere Befugnisse im SCPT. Das bedeutet Zugriff auf neue Fahrzeuge, Ausrüstung und Missionen. Die normale Vorgehensweise sieht vor den Verdächtigen zum Anhalten zu bringen oder das Fahrzeug durch starke Beschädigungen auszuschalten. Als Interceptor bist du befugt, jede zur Verfügung stehende Maßnahme einzusetzen, um den Verdächtigen zu stoppen. Das Ziel besteht darin, den Verdächtigen in der kürzestmöglichen Zeit zu stellen und die Gefährdung der Bevölkerung von Seacrest County zu minimieren. Alle Interceptor-Einsatzfahrzeuge sind mit einem SCPT Nitro-System ausgerüstet. Verwende das System, um deinem Fahrzeug einen kurzzeitigen Beschleunigungsschub zu verleihen, sodass du in der Lage bist, den Verdächtigen einzuholen oder ihn mit größerer Kraft zu rammen. Kann sich der Verdächtige zu weit absetzen, steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, bevor der Einsatz abgebrochen wird. Warum sollten wir nicht alles geben? Heute wirst du den Ford Crown Victoria fahren. Sobald du dich im Department entsprechend bewährst, wird dir die Einsatzleitung exotischere Ausrüstung zur Verfügung stellen. Viel Glück! Mein Lieblingswagen! Fahren wir mal! Haben noch nichts verfügbar. Und in einer Minute kriegen wir 6000 Kopfwettern. Ähm... Es wird wahrscheinlich jetzt zweiteilig, der Anfang, und da mach ich immer so Cops und Bracer so getrennt. So, ja, so, so, so. Wir haben wieder unser Alters-so-Problem, dass wir immer so, ha, ha, ha. Ähm... Ganz viel, jetzt sag ich mal wieder nicht so, jetzt hab ich's auch mal wieder gesagt. Oh Gott, ich hasse dieses... Sohn-Turm, ha, ha, ha. Ähm... Ich sag zu viel... So. ...verfolge ein Mazda RX-8 in südlicher Richtung auf der Three Points Road. Bestätige, Verdächtiger überschreitet alle Tempolimits. Bedätige Unterstützung. Interceptor-Unterstützung genehmigt und auf dem Weg zu eurer Position. Bestandenzentrale. Interceptor-Einheit ist vor Ort und greift den Verfolgern ein. Ziehe mich zurück. Macht ihr weiter. So, dann holen wir uns den mal, ne? Der ist schon beschädigt, also dürfte es ganz leichtes Spiel werden. Ein bisschen mit der Serie nur umspielen. So, aber jetzt machen wir... Machen wir ihm die Hölle heiß, oder er macht uns die Hölle heiß. So. Unterdächtiges Fahrzeug hat schwere Schäden. Lange hält er nicht mehr durch. Und jetzt gehen wir mal kurz hier rein. Hier rein. Und crashen ihn voll in die... ...Seite! Boah, stabiler Zaun. Er hält ein... ...Auto-Obs, das voll gegen was. Unterdächtiges Fahrzeug wurde gestoppt. Gute Arbeit, Office. Boah, stabiler Zaun! Zwei neue Wagen-Trem. Joa, das gefällt mir. Den Subaru Umbrizar WRX STI. Verkehrspolizei. Packendes Vollgas-Erlebnis. Und dann kriegen wir noch ein neues Fahrzeug. Das wäre der Mazda RX-8, der Verkehrspolizei, den wir eben haben. Das war was? Rotierende Revolution, genau. So, ähm... Das war's dann auch eigentlich erst mal vom Vorstellungsvideo von... Netz... von Need for Speed of Persia, so sagen wir's. Und dann mach ich jetzt gleich einen Aufnahmestab und dann geht's weiter getrennt mit Polizei und Cops. Dann... Tschüss!